Hallo und herzlich willkommen bei Welfare. In diesem Video lernen Sie eines der wichtigsten Bestandteile unserer Hot-Tabs und Saunen kennen, das Thermoholz. Jede einzelne Holzplatte wird bei uns von Hand verarbeitet und in der Produktion eingesetzt. Um dem höchsten Qualitätsstandard zu entsprechen, wird das Holz thermisch behandelt. In unserem eigenen Ofen werden Kiefer- und Fichtenholz bei 180 Grad über 100 Stunden einem Pyrolyse-Prozess ausgesetzt. Damit erreicht unser Thermoholz die Haltbarkeitsstufe 2, was 15 bis 25 Jahre Haltbarkeit garantiert. Bei unbehandelten herkömmlichen Holzarten im Außenbereich werden unter anderem Pilzbefall und folgen von Witterungen schnell zum Problem. Mit Thermoholz nicht. Dies bedeutet für Sie Wellness ohne Bedenken. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, besuchen Sie unsere Homepage oder kommen Sie einfach in den Showroom nach Kalf.